Weil meine erste Frage sollte sein, ja okay, wieso machen wir eine Besprechung? Wir greifen ein durchaus populäres Thema wieder auf, nämlich Teambesprechungen, aber diesmal würden wir zwei relativ spezielle Dinge herauspicken, die du quasi mitnimmst, weil es zwei interessante Erfahrungen gab, die eigentlich sehr gut hineinpassen in alles, was wir bisher über Online- und Offline-Teambesprechungen die letzten Wochen besprochen haben. Und die zwei Dinge wollen wir aufgreifen und da will ich gleich mal übergeben an dich. Du hattest ja quasi einen großen Team-Tag im Unternehmen, dass du vielleicht mal darüber beginnst zu erzählen. Ja, sehr gerne. Also wir sind ja in der Organisation ein bisschen so Matrix organisiert, also auf der einen Seite in unserer fachlichen Richtung und auf der anderen Seite gibt es dann das, was sie, ich glaube, Feature-Teams nennen, also wo sozusagen multiprofessionell aus jedem technischen Fachbereich einer im Team oder mehrere manchmal auch zusammengefasst sind. Und das heißt, dass wir natürlich immer wieder darauf schauen müssen, dass wir uns auch fachlich im Team entsprechend treffen und auch nicht aus den Augen verlieren, weil wir natürlich an einem Gesamten arbeiten und dass da halt auch wichtig ist, dass da Einigkeit herrscht über Vorgehensweise, über Art und Weise, wie man Sachen machen möchte und was so die Ziele sind. Und darum habe ich mich riesig gefreut, dass wir jetzt wieder einen großen Team-Tag veranstaltet haben, was für uns heißt, einfach vor Ort, weil das Team jetzt auch wieder endlich alle da sind. Also wir sind ja bunt gemischt aus vielen Nationalitäten und dass jetzt alle in Wien waren, was jetzt mit Corona und so gar nicht so leicht ist immer wieder. Und mit allen Vorsichtsmaßnahmen haben wir uns dann im Büro getroffen und haben den ganzen Tag verbracht zwischen Workshops, gemeinsamen Fokuszeit, wo wir an Themen gearbeitet haben und natürlich auch Socializing nicht zu vergessen. Ja, ich glaube, die erste spannende Frage, die wir da besprechen müssen, weil wir die letzten paar Mal immer wieder auf diese Online-Besprechungen eingegangen sind, wie denn so die ersten, ich sage mal, Zurückumstellungen waren, auf das tatsächlich vor Ort eine Arbeitsweise entwickeln zu können und nicht so, wie man jetzt online vielleicht immer von diesem Bildschirm getrennt ist und man jetzt nicht weiß, ob man tatsächlich dabei ist und wie man das überhaupt organisiert. Ich bin gleich einmal zu spät gekommen, das ist vielleicht der erste Punkt gewesen. Ganz anders auf einmal, wenn man mit Anreise das Ganze gestaltet. Aber davon abgesehen, ich würde sagen, ein Aspekt war, es war unglaublich aufgelockert, es war unglaublich begeisternd im Sinn von, und alle haben riesen Spaß gehabt an der ganzen Sache und ich glaube eben, ein Riesenteil davon ist einfach diese Möglichkeit, alle zu sehen, wirklich in Interaktion zu treten, einfach auch nochmal mehr dieses Gespür herauszuholen, warum oder wie jetzt jemand was findet. Und da einfach, also es war ein Riesenspaß. Der eine hat mitgebracht Croissants aus seiner Lieblingsbäckerei, er hat gemeint, so gute Croissants kriegt er in Frankreich nicht und dann hat es Torte gegeben und dann haben wir gemeinsam Mittag gegessen. Also von den Rahmenbedingungen her, ja, muss man das, glaube ich, einfach tun. Also so toll Remote Teams sind und so toll ich das finde, einfach in der täglichen Arbeit, weil ich einfach für mich mich konzentrieren kann und meinen Tag so gestalten kann, wie ich das gut brauchen kann. Aber wir planen, das jetzt monatlich zu machen, eben wegen Lockdown und diversen Dingen, war der letzte jetzt schon drei Monate her. Aber wir hoffen doch, dass in der Zukunft uns das wieder häufiger gelingt und wir das dann wirklich monatlich gestalten können als Fixpunkt, um, ja, wie ja alles schon gesagt, uns nicht aus den Augen zu verlieren, gemeinsam an Themen zu arbeiten und das Ganze einfach voranzutreiben. Was ich da auch so spannend finde, ist, dass, was wir, glaube ich, das, weiß gar nicht, bei der letzten Folge über, wo es konkret über Besprechungen gegangen ist, wo wir auch dieses Hybrid-Format so ein bisschen erwähnt haben, wo wir dann irgendwie doch festgestellt haben, dass ja das Hybrid oder, sagen wir so, die Sinnhaftigkeit sozusagen, wenn man das sehr weit nimmt von Hybrid, hängt halt immer davon ab, was man tatsächlich in dieser Besprechung konkret machen muss oder möchte oder dort rausbekommen will. Weil, wenn ich jetzt zurückdenke an deine Beschreibung von dem Teamtag vor Ort und was ihr alles an unterschiedlichen, sage ich einmal, Arbeitsabschnitten hattet, dann ist das ja ein, also es ist ja ein Riesenvorteil, da vor Ort zu sein natürlich, ja, weil es ist ja eine ganz andere Geschichte, wie du es jetzt auch schon erwähnt hast, es ist ein ganz anderes, so ein zwischenmenschliches Gefühl, das man entwickeln kann, wenn man im gleichen Raum sitzt und vielleicht gemeinsam brainstormt, vielleicht dann eben aus der Körpersprache mehr ablesen kann, wenn es um schwierige Diskussionen geht und wenn man wirklich etwas weiterbringen möchte. Und wie wir darüber gesprochen haben, war ja Hybrid so eine Sache, das hat man in vielen Fällen gemacht, weil man sich irgendwie, wie soll ich sagen, man hat sich gezwungen gefühlt, die Möglichkeit zu haben, auch wieder vor Ort zu sein. Und ich glaube, was da ganz wichtig herauszuholen ist, dass es nie quasi von diesem Zwang abhängen sollte, sondern wie wir es ja auch immer gesagt haben, also das Wesentliche ist beim Design vom Besprechung ist, dass man wirklich im Blick hat, was soll denn dort rauskommen oder was soll dort konkret an Arbeitsformen gemacht werden. Weil jetzt während du erzählt hast, habe ich dann wirklich gedacht, ja, ist eigentlich ganz interessant, weil so ein Team-Tag wäre mit den Strukturen einfach ein komplett anderes Ergebnis Hybrid, weil eben, dann hättest du halt die Hälfte oder sage ich mal, fünf Menschen wären in einem Raum, vielleicht am gleichen Tisch und dann schaltet man zwei Menschen dazu. Und dann soll man aber gemeinsam vielleicht an einem Projekt arbeiten und brainstormen und ich stelle mir das gerade einfach sehr schwierig vor, das halt tatsächlich in dieser lockeren Arbeit rüber zu bringen. Wenn es darum gehen wird, dass jeder, dass wir einfach nur zusammenkommen, um unsere eigenen Arbeitsbereiche kurz zu präsentieren und wir dann aber quasi separat brainstormen, okay, dann kann ich auch Hybriden machen, weil dann bin ich nicht davon abhängig, wie ich mit den anderen Menschen kommunizieren kann. Also ich finde, das ist eine Sache, die eigentlich sehr schön ist, weil es unterstreicht wieder diese, quasi die Kernfragen bei Besprechungen, nämlich was soll der Sinn sein, was soll man dort mitnehmen können, wie soll man arbeiten können, wie soll man kommunizieren können und dass man dann basierend auf den Fahgestellungen halt seine Besprechungen plant, das finde ich eigentlich sehr gut aus dem Beispiel herauszulesen irgendwie. Absolut und ich finde wirklich Hybrid ist eine Riesenherausforderung und ich glaube, man muss es vermeiden, wo es nur geht, weil du einfach so diese totale Teilung hast, einfach in die Leute, die sozusagen dann vor Ort sind und die anderen, die vor dem Computer sitzen, vielleicht je nachdem, wo die Mehrheit sich dann findet, aber natürlich sind die einfach immer in einem kommunikativen Vorteil, die die gemeinsam vor Ort sitzen und ich glaube, du kannst sowas schauen und wir haben schon öfters darüber gesprochen, man muss sich vielleicht ein paar Dinge überlegen, aber ich glaube, dann ist es möglich, ein gutes Remote Meeting zu halten. Da bin ich total überzeugt davon. Aber diese Hybrid-Geschichte, ich glaube, die ist richtig schwierig, also die auf einen Punkt zu bringen. Also wir hatten das bei der letzten Veranstaltung, da waren sinngemäß, ich glaube, fünf Leute vor Ort und einer remote. Ja, der ist kurz vor ausgeschlossen, ja, er kann mithören und ja, ab und zu kann er auch mal was sagen, aber du bist einfach nicht so eingebunden in der Diskussion, Kommunikation, im Visuellen einfach, dass du da bist für die anderen und sichtbar bist. Also das finde ich ganz einen schwierigen Punkt und gerade wenn man sowas eh nur ungefähr einmal im Monat macht, also dann sollte man wirklich ein großes, großes Augenmerk darauf legen, dass alle vor Ort sein können und sich das irgendwie einteilen können, dass sie da sind. Was da, glaube ich, auch wichtig ist herauszuheben, ist genau der Punkt mit, wie oft ist das notwendig? Weil, also kann man sagen, was man will, ja, wir sind jetzt noch in einem Stadium des Ganzen, wo es einfach unklar ist, längerfristig planen zu können, wann wie viele Menschen wie wo sein dürfen überhaupt und gar nicht können, sondern dürfen in einem Raum zum Beispiel oder irgendwie in einer großen Gruppe, sagen wir es mal. Das heißt, die erste Frage, die man sich ja eben stellen sollte, ist, was wir auch immer sagen, oder was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, ist, dass man tatsächlich in die wirkliche, in die Kernfragen dieser Besprechung, die man plant, hineingeht und überlegt, was soll denn dort rauskommen, was soll denn dort passieren? Weil, also, auch wenn das natürlich stimmt, dass wir quasi, wir stimmen da beide überein, dass es halt nicht ideal ist, ein Hybrid-Setting zu haben, wenn irgendwie nur zwei Menschen remote sind und irgendwie vier vor Ort, dann ist das natürlich nicht ideal und das wird nicht, mit verschobenen Zahlen wird das nicht unbedingt besser. Also, selbst wenn acht Leute remote wären und zwei Personen vor Ort, ist es genauso ungut, wie du sagst, ja, da gibt es trotzdem unterschiedliche Kommunikationskanäle. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, vielleicht muss man es teilweise machen. Also, vielleicht ist es einfach so, dass es so ist, dass einfach nicht alle Menschen da sein können. Und da, finde ich, kommt aber so eine spannende Geschichte rein, über die wir vielleicht auch nachdenken müssen, nämlich, wie gehe ich denn tatsächlich mit der Situation um? Also, unabhängig jetzt von der Corona-Situation, es gibt ja mittlerweile überall auf der Welt Remote-Teams. Und es gibt aber auch diese Remote-Teams, die halt Hybrid-Teams sind. Also, da gibt es ja sehr wohl irgendwie Standorte, wo es einen Hauptstandort gibt, aber Teammitglieder, die woanders sind. Und ich frage mich jetzt gerade die ganze Zeit, ob da nicht, also, ob dort tatsächlich immer sinnvolle Besprechungen gemacht werden, um das jetzt mal sehr grob zu sagen. Weil, ja, wie du jetzt auch noch mal herauskommen musst, das ist einfach tricky. Das ist sehr, sehr tricky, dieses Design so hinzubekommen, dass man tatsächlich als Gruppe was schafft. Und ich frage mich eben gerade, ob das richtig konzipiert wird in den meisten Fällen, oder ob man, so wie wir es auch schon ein paar Mal gesagt haben, ja, ein Schuhfix, das müssen wir machen. Und, ja, dann machen wir das halt alle zwei Wochen. Und man überlegt sich nicht wirklich, ob das Sinn macht, es tatsächlich zu machen. Also, ja, anders bei einem Team-Tag, wenn das monatlich passiert, ist ja, kann ich, habe ich ein bisschen Spielraum. Ja, ich würde darauf zurückkommen, dass es sehr wichtig ist, sich über die Rollen klar zu werden, die es in so einem Meeting gibt. Und auch da wieder, wie viel einfacher das ist, wenn nicht zum Beispiel immer der Team-Lead, die gleichzeitig auch den Moderatoren-Hut auf hat. Weil, ich glaube, als Moderator bist du in so einer Situation speziell gefordert und darfst einfach nicht vergessen, immer wieder das Wort zum Beispiel auch zu erteilen an, entweder, wie du es gemeint hast, an die andere Gruppe, die auch als Gruppe wo sitzt, oder auch an einzelne Personen, die zu Hause sind, damit die einfach auch schon allein das Gefühl haben, dass sie da mit drinnen sind und nicht irgendwie als so ein Anhängsel, so fünf plus eins, und ja, hast du da Pech gehabt, dass du jetzt gerade zu Hause bist. Also, das ständig mitzudenken, da sind noch andere und ich muss die abholen und ich muss die einbinden. Und das wird viel Mühe und auch Zeit kosten. Und ich glaube, eben deswegen wirklich wichtig zu sagen, wer moderiert das und was sind dessen Aufgaben als Moderation? Und, ja, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, aber die Auftrennung dieser Rollen einfach klar zu haben und zu sagen, okay, ich bringe da jetzt inhaltliche Themen ein, ich leite den Rahmen als Moderator und wer andere macht, vielleicht nochmal was anderes, weiß man nicht, ja, um das halten zu können. Weil sonst machst du das zweimal und fragst die auch und das Ding dauert halt den ganzen Tag und dann gelingt es dir halt gar nicht, weil du einfach, ja, du hast um halb neun erst nochmal gefragt, ob der auch eine Meinung dazu hat und ab dem Zeitpunkt dann gar nicht mehr. Und nach dem Mittagessen hat man es dann überhaupt vergessen, dass der wer dann noch auf der anderen Leitung auch noch ist, so ungefähr. Was ich dabei unterstreichen würde und das ist gut, dass du es gesagt hast, wieder mit der Moderation und der Rollenverteilung, weil, und das ist das, wo, finde ich, ein Argument, was zumindest bei mir natürlich in der Bildung oder in der Hochschule öfter aufgetreten ist, jetzt gerade über die letzten 18 Monate, ist, dass das so eine Riesenumstellung ist, halt alles virtuell machen zu müssen. Und das Spannende ist aber daran, dass zum Beispiel die Grundprinzipien, die du jetzt gesagt hast, nämlich einfach eine Rollenverteilung, einfach Menschen das Wort geben in einer Gruppe, alle mitarbeiten lassen oder die Möglichkeit geben, dass sie beitragen können, würde ich fast argumentieren, dass das Offline und Online das Gleiche ist. Also es ist nicht so, dass nur wenn ich jetzt Online bin und eine Remote-Gruppe hätte, heißt das nicht, dass ich, wenn ich offline mit zehn Menschen im gleichen Raum sitze, dass ich die Menschen links von mir, die drei, einfach komplett ignoriere, sondern ich muss ja trotzdem moderieren. Und das ist alles, was quasi so Besprechungen angeht oder diese methodischen Fragen, ich denke immer, da gibt es sehr, sehr schöne Grundprinzipien, auf die man runterbrechen kann und von denen man dann erst weg arbeiten kann. Also es bringt nichts, das zu ignorieren und zu sagen, ja, aber virtuell ist das ganz anders, weil du musst genauso moderieren, wenn du offline bist. Du musst genauso die Rollen verteilen, wenn du online bist. Und was ja auch so eine interessante Sache ist, was du vorhin kurz erzählt hast, also vor der Sendung noch, aber da können wir jetzt auf hinkommen, ist, dass man ja bestimmte Tools und Methoden, die kann man ja nutzen, ob man das jetzt online oder offline macht, ist ja fast egal. Also es geht ja wieder nur um diese, um das Handfeste, was in den Besprechungen gemacht werden soll. Sollen dort Workshops, soll dort ein Workshop sein, sollen dort Ideen rauskommen? Da muss ich dementsprechend so designen und meine Methoden wählen, dass dort Ideen rauskommen. Und ihr habt ja eigentlich da auch etwas irgendwie Neues mal probiert. Oder ich weiß gar nicht, ob das jetzt etwas Neues war, aber du kannst ja nochmal erzählen, wie ihr diese Interaktion und das Engagement irgendwie hinbekommen habt. Aus dem Sinne nichts super Neues für uns, weil wir es immer wieder schon bei Gelegenheiten wie Weihnachtsfeiern und so benutzt haben, um dort einfach irgendwie ein Spielchen zu machen, was eben teilweise remote klappt, aber genauso gut auch vor Ort klappt. Ohne, also unbezahlte Werbung, aber es ist, wir haben Kahoot benutzt, das kennt vielleicht der eine oder andere. Du hast ja ein schönes, zusammenfassendes Wort dafür gehabt, was wir dann vielleicht noch später aufgreifen können. Aber die Idee war einfach, weniger da jetzt irgendwie ein lustiges Spielchen zu machen, sondern die Idee war einfach, na gut, ich habe ein paar Inputs, die ich sozusagen an das Team verteilen möchte. Also gar nicht ich, sondern an unser Team-Lead. Und gut, jetzt könnte ich sozusagen klassisch das PowerPoint auspacken und ein paar Folien an die Wand klatschen, wo alle spätestens nach 10 Minuten einschlafen vor Langeweile. Und dann hat er sich gedacht, er kann dieses Medium dazu nutzen. Und du kannst dort, also ich glaube, der Hauptverwendungszweck, soweit ich das verstanden habe, ist einfach Quizfragen zu stellen. Und du hast dann so, sehe ich, manchmal eine Antwort, manchmal mehrere Antworten, wahr, falsche Antworten, etc. Vielleicht kurz, damit ich die Klammer da aufmache, weil das passt dann gut zu dem, was ihr dann daraus gemacht habt. Also die offizielle und Anführungsstrichen bescheiden ist halt Audience-Response-Systeme. Das heißt, das Spannende ist, dass man da sehr wohl auch Feedback einholen kann und das nicht nur quasi Quizfragen sein sollen, sondern das ist einfach genau diese schöne Interaktion, die man da damit rüberbekommt in Gruppen. Mhm, mhm, okay. Ja gut, spannend. Ja, ich kannte eben nur diesen Quiz-Aspekt. Aber er hat es genutzt, um einfach in Wahrheit auch so etwas Ähnliches wie vielleicht Folien zu verwenden. Also ich weiß nicht genau, wie man das bedient, aber es kam dann halt raus, einfach so ein, okay, das sind die und die Punkte, die wir besprechen wollen, ein bisschen agendamäßig. Dann irgendwie sind wir auf die einzelnen Punkte eingegangen, so und so würde ich mir dieses und jenes vorstellen und das wäre wichtig. Und dann sozusagen zusammenfassend immer wieder diese Quizfragen drinnen, wo jeder mit dem Handy sitzt und dann hin und her und das ist natürlich alles auf Gamification aufgebaut. Das heißt, je nachdem, wie schnell du dann deine Antwort gibst und ob die Antwort halt richtig war, bekommst du unterschiedlich viele Punkte und so wie die meisten von uns halt gepolt sind, war dann eigentlich so, ha, ha, ich bin Zweiter, ich bin Erster, ha, ha. Und irgendwie auf einmal sind da alle dabei, anstatt komplett wegzuschlafen bei einer PowerPoint-Präsentation. Und das war einfach, ich glaube, in zwei dieser Blöcke haben wir das benutzt und haben wir das verwendet und ich glaube, also mir hat es riesig Spaß gemacht dadurch und das Feedback war auch eigentlich sehr gut dazu und ich finde, das kann man nur empfehlen, um einfach ein bisschen Lockerheit hineinzubringen und um, ja, den Fun-Level einfach hochzuhalten und auch eben das, was du gesagt hast, dieses Engagement einfach mit drinnen zu haben, ja. Genau. Und da ist ja wieder der, glaube ich, der entscheidende Punkt und ich glaube, das kommt in der Folge dann wirklich rüber, dass das Design halt unheimlich wichtig ist, dass ich tatsächlich mir überlege, was möchte ich denn an Denkprozessen überhaupt anregen in dieser gemeinsamen Zeit, die man da hat. Also es ist, es ist auch bestimmt mal legitim, halt eine, in Anführungsstrichen, Standard-Power-Presetation zu machen, wenn es einfach Infos gibt, die man erstmal so präsentieren muss, aber genauso gut, wenn es, wenn es einen Team-Tab gibt, wo am Ende neue Ideen und Produkte rauskommen müssen, naja, dann macht es schon Sinn, vielleicht aus der Gruppe gleich etwas rausziehen zu können und da ist ja genau so eine Methode oder solche Tools eignen sich ja perfekt für sowas, nämlich da entsteht dann diese Interaktion, ja, also dann, dann nehme ich ja geistig alle Menschen mit, weil ich vielleicht hinten raus noch etwas anderes damit mache, ja, also es ist ja vielleicht, dieses Engagement führt ja dann vielleicht zu einer höheren Aufmerksamkeit, damit ich dann zu einem nächsten Programmpunkt kommen kann, wo halt wirklich gefragt ist, aktiv irgendwie teilzunehmen und das finde ich eigentlich eine schöne Sache, die, wie gesagt, also da kommt man halt nur drauf, wenn man vielleicht sich mal mehr Gedanken darüber gemacht hat, wie denn die Substanz zu einer Besprechung sein soll und nicht einfach nur, ja, wir treffen uns, ja, wir haben eine Liste von fünf Punkten, die besprechen wir und dann gehen wir wieder nach Hause. Ganz genau, so würde ich es auch sehen, weil es war dadurch kurzweilig und lustig und was ich mitbekommen habe, sie haben sich schon einige Mühe gemacht, um diesen Tag vorzubereiten, also es waren zwei Leute, die sozusagen in Charge waren für das, auch da sieht man wieder, das muss nicht immer alles Chefaufgabe sein, man kann das auch gut ein bisschen delegieren oder zumindest Teilaspekte daraus delegieren und was vielleicht auch geholfen hat, das war einfach die Überlegung, was für eine Art von Zeit soll jeder Blog sein? Also ich kann mich erinnern, wir hatten Fokustime auf der einen Seite, wo es irgendwie darum ging, gemeinsam was zu erarbeiten und wirklich inhaltlich nachzudenken und dann gab es aber auch Discussion Time, also wo es irgendwie darum ging, wo wollen wir unsere Schwerpunkte setzen und wie soll man das handhaben, soll man das so machen oder so machen und da gibt es einfach unterschiedlichste Meinungen dazu im Team und es war einfach Zeit dafür, um die auszutauschen, umzusetzen und richtig halt substanziell zu einem Ergebnis zu kommen und nicht einfach irgendwie einer entscheidet, sondern fertig sind wir oder wir gehen raus und wissen es noch immer nicht, wie wir es tun sollen und einfach indem man dem Kind dieser Überschrift sozusagen einen Namen gibt und sagt, hey, da ist jetzt eine Stunde, da möchte ich, dass wir das Thema erörtern, dass wir darüber diskutieren, dass wir uns eine Meinung bilden, dann machen wir Pause und dann haben wir eine Stunde, wo wir uns intensiv ein Ergebnis haben wollen, da arbeiten wir an irgendwas Spezielles und da kommt ein Ergebnis raus. Ich finde, da ist für mich der absolute Takeaway, dass man das idealerweise auf jede Art oder jede Form von Besprechung so machen muss, fast. Ja, weil ich würde das gar nicht jetzt so hoch halten, dass, okay, das ist bei euch ein Team-Tag, der jedes Monat geplant ist. Aber genau, das sollte einem ja dann zu denken geben bei den, unter Anführungsstrichen, Standardbesprechungen, die man vielleicht wöchentlich macht, nämlich, wenn man wöchentlich eine Besprechung hat oder sagen wir alle zwei Wochen und die nennen wir jetzt einfach Schuhfix oder ist ja vollkommen egal, wie das heißt in den einzelnen Teams. Man muss sich mal die Frage stellen, in diesen Besprechungen steckt man dort auch so viel Zeit hinein, wie zum Beispiel, nehmen wir euer Team her, das für diesen riesen Team-Tag, der jedes Monat einmal stattfindet, auch so viel Zeit reingesteckt hat. Und das ist dann, wird wahrscheinlich bei den meisten die Antwort kommen, naja, eigentlich nicht, sondern wir haben das einmal festgemacht, so, ja stimmt, lass uns alle zwei Wochen uns treffen und einmal drüber sprechen, was so passiert und dann schauen wir, was passiert. Und selbst wenn ja diese Besprechungen nicht über einen ganzen Tag gehen, ich würde fast argumentieren, dass es proportional nicht mal die Vorbereitungszeit für ein wöchentliches Schuhfix gibt bei den meisten Menschen wie bei eurem Team-Tag. Und das finde ich ein bisschen dann irgendwie schwierig, weil dann ist es ja tatsächlich eine fast verschwendete Zeit, nämlich für alle Beteiligten, was wir ja auch immer sagen, also man muss sich als Führungskraft dann auch überlegen, was möchte ich denn hier rüberbringen in dieser Besprechung und genauso muss man sich dann im Kreise der Mitarbeitenden auch denken, wieso sollte ich dorthin gehen. Also es sind, finde ich, diese zwei Fragen, die eigentlich das immer, wie soll ich sagen, bedienen sollten, wie man Besprechungen konzipiert und wieder, wenn man einfach nur euren Team-Tag als quasi großen Rahmen hernimmt, dann ist ja genau das der Rahmen, wo man alles andere auch drunter bekommt, nämlich, welche Sessions möchte ich drin haben, welche Elemente sollen da umgesetzt werden, was soll das Ergebnis sein, wie sollen die Menschen kommunizieren und so weiter und so fort. Also ich finde das eigentlich eine, also es ist für mich ein super Learning, das quasi auf der Ebene zu sehen, dass es halt einfach dieses schrittweise Aufbauen einer Besprechung ist und halt überreflektieren, was man vielleicht so bisher macht. Aber es ist vollkommen wieder mal richtig, was du da sagst und ich finde es total spannend, vielleicht noch kurz, ich glaube, ich habe es vorher schon mit dem Mittagessen erwähnt, aber vielleicht rahmengebend für das Ganze war eben auch noch, klar, wir tun da natürlich gemeinsam Mittagessen, weil das einfach immer eine wichtige Sache ist und den Abend ausklingen lassen haben wir dann einfach auf den diversen Sofas, was bei uns im Büro stehen mit dem einen oder anderen gedrängt dazu und eigentlich war das relativ zeitig aus, aber in Wahrheit sind einige dann doch durchaus länger noch sitzen geblieben und man kommt dann die Hälfte der Zeit, da geht es eh über Arbeitsthemen und die andere Zeit davon abgeleitet halt irgendwelche Sachen, die aber einfach wieder so wichtig sind irgendwie als, als gerade, wenn man jetzt öfters von zu Hause arbeitet, um da einfach irgendwie dran zu bleiben, um zu wissen, wie dicken die anderen Leute und eben nicht nur diese ganz schmalen, kurzen Besprechungen, die wir oft haben, wo man irgendwie zack, zack, zack über was redet, okay, passt, danke, tschüss, fertig, um einfach die Person dahinter, den Menschen dahinter kennenzulernen und dort wirklich was rauszuholen und einfach da den Mehrwert zu genießen an all dem, was halt Interaktion ausmacht. Also ich glaube, das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Ja, was da für mich so ein eigentlich ein cooler Punkt ist, den man da so raushört, wo ich dann irgendwie jetzt dann gedacht habe, dass ja vor allem mit diesem Homeoffice und Remote Work und unserem ganzen Mindfulness, worüber wir immer sprechen und Journaling und halt einfach mehr das Leben sozusagen in dieser Arbeit mitzudenken oder umgekehrt, also je nachdem, wie man das definieren möchte, ist das ja genau deswegen nochmal eine doppelte Wichtigkeit dahinter, finde ich, weil angenommen, es wäre quasi das gleiche Szenario gewesen, aber mit nur Remote oder ich sage beides, es wäre einmal Hybrid und einmal nur Remote gewesen, dann wäre einfach dieses soziale Beisammensein, wäre in keinem anderen Szenario das gleiche gewesen, weil mach mal ein Remote oder sorry, ein Hybrid soziales Beisammensein. Okay, wie möchtest du, dass die Menschen zu Hause sich dann ihr Cola, ihr Bier oder ihren Tee machen und dann sollen sie den Laptop nehmen, auf die Couch gehen, damit sie genauso gemütlich sitzen wie vielleicht im Büro oder in einem Restaurant oder wie kommunizierst du dann wieder, weil dann sitzen ja zwei auf der Couch und zwei bei der Theke und dann ist so, wie nimmst du dann den Laptop mit, dass die Hybridperson kommt und das Ganze für Remote gesehen, da geht ja gar nichts, also dann wollen wir wirklich vor unseren Bildschirmen gemeinsam unseren Tee trinken am Abend, das macht glaube ich keinem wirklich Spaß und der Punkt quasi, auf den ich hinaus will, ist ja irgendwie dieser schöne, dieses schöne am Reflektieren und halt wirklich dann alles mitdenken zu können, weil es ist doch ganz anders, am Ende da zu sitzen und vielleicht in seinem Journal diesen Tag nochmal zu reviewen und sich zu denken, ja, das war eigentlich echt schön, irgendwie die Personen mal näher kennenzulernen, wir haben auch über was anderes gesprochen, der hat mich auf neue Gedanken gebracht und das war nett, mal wegzukommen, anstatt quasi dann im Journal am Abend irgendwie reinzuschreiben, ja, heute bin ich, statt 10 Stunden war ich heute 13 Stunden vor dem Bildschirm, weil wir noch socialized haben online und das ist ja aber wieder, das ist einfach nicht das Gleiche, was dahinter ist und ich finde das so einen wichtigen Punkt, dass man, dass man dieses Soziale tatsächlich mitnimmt, diesen Rahmen setzt. Ich sage mal, das Beste aus der Situation machen, also wenn du im totalen Lockdown bist, dann kann auch der gemeinsame Tee eine nette Erfindung sein, aber wenn du natürlich die Möglichkeiten hast, das entsprechend auszubauen und auszubauen heißt in dem Fall, das vor Ort zu machen und in echt, ja dann bitte, dann nutz die Möglichkeiten und genieße einfach das, was dabei entsteht und auf was rauskommt. Genau. Ja, ich würde fast sagen, dass das fast das Ganze zusammen, weil es natürlich immer situationsabhängig ist, ja also es ist natürlich klar, dass wir immer davon abhängig sind, was man darf sozusagen, aber der Punkt ist, dass einen das nicht davon abhält, es so gut wie möglich zu gestalten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir immer gerne rüberbringen wollen, ist, dass ob man jetzt nur Hybrid macht, ob man nur Remote oder ob man vor Ort sein kann, man muss aus allen Situationen das bestmögliche Designen oder konzipieren können und das ist, der Zugang ist der gleiche, auch wenn das Ergebnis dann vielleicht anders ist, aber wenn man sich dem nicht bewusst wird und mal darüber reflektiert, ja stimmt, was möchte ich dann eigentlich von der Besprechung als allererste Frage, dann wird das auch schwierig, weil wenn meine erste Frage ist, naja okay, wir machen heute Hybrid, wie machen wir Hybrid? Dann habe ich schon verloren, weil meine erste Frage sollte sein, ja okay, wieso machen wir eine Besprechung, wo nur die Hälfte da sein kann und die Hälfte nicht und wenn ich das machen muss, wie kann ich die Inhalte so gestalten, dass alle was davon haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nämlich alles unterbekommt, weil wie du sagst, ja also wenn es nicht anders geht, dann ist auch der gemeinsame Tee vor dem Bildschirm die beste Wahl für quasi Sozialkontakte, aber wenn wir es jetzt runterbrechen auf nur Teambesprechungen, dann wird es nochmal, finde ich, mehr straightforward, wie man das ganze Planen angehen kann und das sollte man öfter machen. Genau, also es hilft einfach, nimm dir die Zeit als Führungskraft, nimm dir die Zeit, um einfach darüber nachzudenken, was möchtest du erreichen und sei ehrlich und offen dafür, dass die Leute sich, wenn du das schlecht machst, dann fatisieren sich die Leute in deinen Meetings und denken sich, was mache ich da? Ich glaube, das muss man sich viel öfters ganz ehrlich eingestehen. und dann gelingen auch sicher viele Sachen, wenn man sich diese Zeit, einfach mal diesen, ich sage immer gerne diesen Perspektivenwechsel mal, setz dich doch mal rein in die Person, die alle zwei Wochen, wie du vorher das Schuhfix skizziert hast, alle zwei Wochen für zwei Stunden in einem Schuhfix sitzt, wo sie geplanterweise, sagen wir mal, fünf Minuten was sagt und den Rest gelangweilt ist, weil dann die anderen Teammitglieder jeweils zehn Minuten dran sind und dann noch ein Frontalvortrag mittels PowerPoint-Präsentation. Dann setz dich doch bitte mal in die Lage rein und überleg, wie spannend so ein Meeting sein kann. Ja, ich glaube, da ist der Schlüssel, den wir noch gar nicht herausgehoben haben, ist halt das Feedback. Also Feedback ist auch in dem Fall unheimlich wichtig, weil vielleicht stößt einen ja zumindest das Feedback auf eine neue Reflexionsebene. also wir gehen ja immer davon aus, dass vielleicht so eine Grundreflexionsfähigkeit da ist, dass ich selber eben, wie du sagst, ja diesen Perspektivenwechsel, baue ich ja in meiner eigene Reflexion als Führungskraft ein. Wenn ich das aber nicht machen sollte, aus diversen Gründen, dann ist zumindest so der erste Schritt, den ich machen könnte, ist, frag doch bitte alle Teammitglieder, wie, was haben sie da mitgenommen, was erwarten sie von einer Besprechung, wie hat es ihnen gefallen, dann komme ich vielleicht auch weiter auf die Ebene mit, ja stimmt, ich sollte vielleicht öfter darüber nachdenken, wie die anderen das sehen. Aber dieser Perspektivenwechsel ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt. Ja, gut, man fasst nichts mehr ein, ich glaube, wir können da an dieser Stelle den Schluss machen, oder? Sehr gut, ja, passt. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.